Und nebenbei zugeguckt Na siehst du da haben wir immer Flugsimulator, immer Farming Simulator, immer Fortnite Und Klaus da kommt direkt von Arbeit an Controller Beste Vorbereitung alle hier vor Ja Ich krieg mir gleich wieder Rüst aufs Maul Geil So liebe ich das Mein Togel läuft übrigens schon seit 2 Minuten Naja, wenn du nicht auf Start drückst Wieso denn ich? Wir sind bei dir in der Lobby Achso Scheiße, stimmt ja Weit hab ich die 25 Weit hab ich die 25.000 Kanalpunkte Oh nein, das ist erhöht auf 40.000 Von Bern Liebe Ähm, ich würd sagen hier Herrschaft Oder? Levelt man am schnellsten Ihr wollt ja bis Level 55 Eigentlich komm schnell, oder? Ja Ja Ganz Herrschaft Weil da kriegst du Am schnellsten die Punkte zusammen Weil du kriegst du auch Punkte fürs Zona auch Und nicht bloß fürs Kölz machen Hatte recht Ich hatte vorhin einen schönen Flug Das war schön Was, ein 2 Stunden Flug? Achso, irgendein Flugsimulator Ja Ja Okay Da musst du dann aber wirklich mit echter Zeit rechnen Die ist wirklich so lang 2 Stunden Oh Gott Das will Was nehmen wir in Miami oder Garrison Aber sowas kann man ja im Hintergrund nebenbei laufen lassen und das Flugzeug kümmert sich ja für das ist ein Autopilot da Der Autopilot Der springt aus der Türe wenns zuviel wird Deswegen Outdoor Was ist hier Wasser trinken? So Kann man jetzt jetzt hier auf dem Rücken Nein, du ist da gleich auf dem Ohr Was sagst du? Du sitzt gleich auf dem Ohr schneiden Das dachte ich mir auch gerade so Ich dachte, Mensch, wo baumelt denn das hätt's hier drum? Da eine Koppelung versinnt in meinem Ohrschritz zu trennen Ich hab so viel mehr auf dem Ohr gefurzt Ja, ja Susi saß neben mir Der hat sich immer voll durch die Koppelung und er macht Und immer? Immer live Live, genau Hat er gerochen wie eingeschissen Nee, das riechend ist zur Zeit nicht Das Riechend ist zur Zeit nicht Das Riechend ist nicht zu gewöhnen Hä? Da hab ich dann die Störungen drin Ach, jetzt haben wir ja PC Lobbies dabei Uuuuuhh Uuuuuh Ne Wir spielen ja ohne Crossplay Wenn Rosi und ich zusammen spielen Bin bei B Und der Hundesonne Oh, da oben steht wieder einer Fenster Schon wieder LW3 Thunstra Wo vor uns schon? Eher nur mit den Diamanttskin Ja, scheiße Dürfen steht wieder einer im Fenster drin Da ist der Beikon bis oben Das würde ich mal sehen jetzt, ja. Problem, ich war ja noch nie. Wie, du? Wer war ja noch nie? Ich? Du warst ja noch nie, oder? Nein. Echt jetzt? Haben wir das nochmal abgewählt? Nein. Was? Fado. Oh Gott. Das sind wie die Borische Wechseln dabei. Erst bei mir könnte mir keiner Glanzleistung reichen, müssen wir erst mal wieder in das Spiel gewinnen. Oh, der lacht nach der Grafik drunter schrauben. Was? Ich müsste die Grafik drunter schrauben. Oh, von wo hat der mich jetzt weggeämpft, der Hund? Vom Balkon. Oh, ey, wo würde ich wieder überall bücken, diese Assis? Huch. Huch. Da stand einer um die Ecke. Wie der? Oh, vor allen Dingen alle nur, alle nur Sniper nur. Oh, die Scheiße. Wo steht denn der? Ich läuft jetzt rechts rum einfach, mal sehen, was passiert. Oh, ich hab's weg. Geht irgendwo an. Boah, ich spiel grad wieder auf der Menschen. Und es liegt in einem PC-Tobbies. Hab dich gerecht. Bin gleich bei C. Danke, oder? Mach'n Blatt, feg'n den Arsch. Steck'n Lauf bis, 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 bis der Sonne rauskommt wieder rein. Boah, du, finde ich rein! Boah, dieses Game sieht geil aus. Obst du schon mal, das sieht auch geil aus. Charlie wird gesichert. Da haben wir eine Ecke und... Komm mit zu zählen. Einen alten Rob kriegt niemand klar. Oh, das stand geil aus. Oh, ich bin eben raus. Oh, ich Junge. Das ist ja... ...meine Rob. Jetzt haben wir das politische Ding. Hä? Jetzt haben wir gerade alle. No? Warum das nur Wunderkast ist. Da oben. Sind die rausgegangen? Oh, oh. Nö. Was machen die? Mein Glück! Auf nahe sind sie ja bestimmt scheiße, weil es ja alles nur für die Entfernung ist. Ja. Wir haben den Weg zur A. Oh! Oh! Also, ich wollte... Der dritte... ...unterschiedliche Sniper. Also, das ist ein komplettes Team Sniper Plus. Also, ich hatte jetzt noch keinen mit einer anderen Knarre. Alles LW-3-Punk. Ja, vorhin ist mal einer mit der UC rumgerannt. Okay. Ich gehe mal zu A. Vielleicht hat er die Waffe gewechselt. Ich bin gerade in der Kneipe. Also, in der Bau. Ich bin hinterher. Ich bin gerade in der Kneipe. Wo sind denn die? Wir verlieren Charlie. Ja, genau! Ja, genau! Wir müssen das einbleiben, glaube ich. Weiter! Das verquickst, glaube ich, schon wieder. Wir verlieren B. Weitern Charlie. Eingenommen. Ach, ne, cool! Oh, Granade! Dieser Hundefigger! Vor allem, ich halte mit der... Wir werden mehr als Sie mit der Einstieg. Wie oft ich denn treffe mit einer... Ach, na gut, da hat eine Spritze gehabt. Jetzt haben wir alle drei verloren. Oh! Oh, das ist... Ich bin bei A. Wir erobern B. Ich bin bei B. Wir verlieren den Vorteil. Lasst ihr den Gassen! Scheiße, kann! Hab davor fast B gehabt wieder, ey. Scheiße. Gehen wir zu C rüber. Vorteil, du nicht! Reißt euch zusammen! Wir können es noch schaffen! Ja, das war eine große Bedeutung. Von woher hat er mich jetzt weggeholt? Oh, vom Balkon, wie? Wir schaffen das! Ab zu A. Naja, die Bundeswehr sind... 1, 0... Höfer ist abgesichert! Guck, meine Zählweise. Das auch so! Nein, nein, nein! Kurios! Das ist ein Sniper hier, die beste Säme! Ja, ja! Das ist ein Sniper hier, die beste Säme! Das ist ein Sniper, wie ein Sniper! Nein! Au! Au! Was haben die mit dir gemacht? Oh, das ist am Anfang! Ja! Ich glaube, du musst mal der Waytracing ein bisschen runterstellen! Da war ein schlechter Sniper! Ja! Durch das Waytracing erkennst du nämlich nicht, dass das Leibold ist! Da denkst du, oh, der Spiegel dauerstelle hier das Glas an dem Gebäude! Raytracing ist nie möglich! Ich hab sogar die Vibrationen beim Lufthamn-Kund-Rolland! Äh, jetzt kriegt er es! Oh! Oh! Mich hat ein Jeep weggeholt! Äh, eine Sprenglase! Ich könnte es jetzt essen! Warum? Oh, ey! Die Typen sind echt eine Rede! Ich krieg's auch nicht so gut! Ich krieg's auch gar keine Ende! Ich krieg's gar nicht so gut! Auch übeles Quick-Skirpen die sie könnten! Ja, so ein eigenes Spiel! das sieht so schön aus was sagen muss ich auch nicht schön aus niedrigsten Einstellungen das sieht so bombastisch aus das kommt ein Wohlmagen feindliche Spionageflugzeug im Anruf platziere eine Gasmine Bravo wird gesichert ooooh hinter der Ecke wie der letzte Hunde ich warte grad B-Fans ooooh sieht denn der mich ich mach mal Drohne an oh das kannst du bei YouTube als als Nightmare runter bin bei B bin bei B bin bei B hab B passt hab B passt oh kass ist los komm komm bis mal bin gleich bei A und Drohne runter holen tun sie auch sofort und bleib bei A ah was hat der für achtertags geworfen ach du scheiter bin bei A wir erobern Alpha feindliche Spionageflugzeug wir verlieren B und C wir verlieren B und C ach so geil alter A kann ich nicht auf den Wunschreiben erledigt und erledigt so die Beschäftigung ist noch da so bin gleich wieder bei 10 oh Gott ist wild kam der von da oben ja ja hier oben ist er Gold haben weggeholt platziere Gasmine ich hab hier oben eine Gasmine hingelegt dass dann hier oben er noch kommt also so natürlich dass er sie nicht sieht so soll ich es noch mal riskieren zur A rüber zu gehen so jetzt habt ihr endlich um meinen Sniper weggeholt und jetzt fickt dich das jetzt um die Ecke soll ich um meinen hey ich hab da ohne Sniper kannst du so gut snipen wie die nö ja kurz ich hab die Kombus nicht aber ich bin naja guck mal so aus noch bei C sind sie bei C sind sie ich geh grad zu A und ich geh hinten am Strand lang A wird gesichert gut bei A haben sie also A haben sie definitiv nehmen wir den DASCHMAR welcher ich mach die Gasmine scharf ich mach die Gasmine scharf ich hab ein Geschütz wo soll ich das hinstellen sicherlich ähm der ist hier hin der ist hier oben aufs Auto oder nebens Auto boah wenn ich bis dahin machen kann so jetzt neib ich mal mit der Schweine das kommt das gewinnen wir oder das ist gar nicht ja das lange gewinnen wir das wir verlieren wir auf der die Farbe nicht A um Gottes Willen Alter also da war kein Scheiße stimmt auf dem Balkon kann ich das doch stellen na wo ist er denn ich bin der Pastor so ich bin ein Aschenflugzeug löst du dich bin bei B bin bei B war bei B Alter Lorien ich bin gleich wieder bei B bin gleich wieder bei B bin bei B bin bei B fliege also so dass man mich nicht hab B hab B los rennt in meine Grasmini ihr wichser scheiße haben die Grasmasken oder was wieso konnten die durch meine Grasmini durchrennen sprich aber boah gegenseit gekriegt bin bei B habe mich hingelegt bei B wir verlieren diesen Kampf bin immer noch bei B krass scheiße Mensch boah ey das wird echt unter 390 zu unter 7 Menschen scheiße nein die haben es gleich scheiße scheiße eine knappe Kiste das war schon mal knapper das war schon mal knapper das war schon mal knapper ja Sniper das ist schon heftig das ist schon heftig 2 Liebe liebenden Wusten 2 m 2 2 3